Hallo und herzlich Willkommen auf fossilinside.de. Mein Name ist Jens und heute testen wir das ASRock Z790 Steel Legend WiFi Mainboard. Das Mainboard kann bestückt werden mit einer Intel LGA1700 CPU. Im Test verwenden wir dazu eine Intel Core i7 CPU. Zudem können wir bis zu vier DDR5-Module installieren. Das Board bietet bis zu acht SATA3-Ports, zum Teil shared, fünf M.2-Slots, davon vier Gen4 und ein Gen5x4-Slot für SSDs. Und zudem ist noch vorinstalliert ein WiFi-Modul mit Bluetooth-Optionen. Auf der Rückseite sehen wir auch den Antennenanschluss dazu. Dann haben wir hier den HDMI-Port, Display-Port, acht USB 3.2-Ports, zwei USB 3.2 Gen2-Ports, einer von USB 10, 2,5 Gigabit LAN und 7.1 Sound. Zudem haben wir eine richtig tolle RGB-Beleuchtung. Unter dem Steel Legend Schriftzug am Schilbsatz. Und auch unter dem Kühler und an dem Steel Legend Logo hinten am I.O.-Panel befinden sich adressierbare RGB-LEDs. Das heißt, die können alle einzeln angesteuert werden. Genauso wie zusätzlich anschließbare RGB-Straps vom Gehäuse. Wir haben das schon mal gezeigt im Fräser-Video und auch im Polychrom-Video von Acerock, wie man die ansteuert und was man damit alles anstellen kann. Ja, wie das Mainboard abschneidet und wie die Benchmark-Ergebnisse aussehen, das zeigen wir jetzt im Test auf oscinside.de und wünschen viel Spaß dabei. Tschüss! Untertitelung des ZDF für funk, 2017